Fünf, Kevin Levroni. Meine Damen und Herren, im letzten Jahr dominierte er die Profi-Grand Prix, der Leichtgewichtsweltmeister 1987, Night of the Champions Sieger. Die Leichtgewichtsweltmeisterung. Du bist ein Star, natürlich, und viele Kinder wollen wie Sie sein. Was ist das beste Tipp für die jungen, up-and-coming-Bodybuilder von der nächsten Generation? Maintain eine positive Attitüte, stay weg von negative Menschen. Stay away from, uh, of course, you know, the drugs in the street, whatever, to alcohol or whatever, you know. Stay with your family, uh, stay positive, you know, believe and pray to God every day, you know, and, uh, try to lead a good, clean, honest life, and, uh, long as you get up and, uh, go to work or go to school and come home and do your homework or whatever, everything will be all right. Let's do it. Let's do it. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020